Die Halloween-Hexe aus dem Lego Brickherz Set 40272 ist genau richtig, um deiner Halloween-Party einen Hauch von Hexerei zu verleihen. Wenn dir das Hexen-Lead doppelt plagt euch, mengt und mischt. Kessel brodelt, Feuer zischt, anstimmst. Achte auf ihre spitzen Nase, den abnehmbaren Besen, den Kessel, den Knochen und den Kürbis. Zu dieser gruseligen Baufigur gehört auch eine baubare Sammlerstellplatte mit Kalender und Brickherz-Logo. Damit sie als Schaustück jedes Zimmer oder Büro bereichern kann.